Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead in der dritten Episode. Äh, ja, in der dritten Episode, genau. So, ich muss jetzt gerade nochmal ein Stückchen nachspielen, hab aber die Entscheidungen genauso getroffen wie beim letzten Mal. Und jetzt können wir uns hier in Ruhe mal ein wenig umsehen. Ach, mit ihm hatten wir letztes Mal ja schon gesprochen, da da keine wichtigen Entscheidungen sind. Da da keine wichtigen Entscheidungen sind, lasse ich es mal. Mit Dark hatten wir schon mit Dark gesprochen? Ich glaube auch, ne? Hey Dark, haja. Hm, ja, hatten wir. Da haben wir auch schon, glaube ich, alles durchgefragt. Da hinten waren wir auch schon. Hm, wir wollten ja eigentlich zu Clem gehen, ne? Hallo? Ja, gern. Gefällt es dir hier? Ich mag es nicht hier hier. Wollt ihr zu gehen? Wo sind wir gehen? Somewhere anders. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich wusste, woher? Ja, das wäre ein gutes Ding, zu wissen. Ich spreche mit dir später, Clem. Okay. Okay. Ähm, Katja. Hey, ihr zwei. Wie geht's? Wir sind okay. Nur ein bisschen Spat. Ähm, du musst dich bei Lily ins Zeug nehmen. Traut ihr allen hier? Hm, was die Wachen angeht? Hm, was die Wachen angeht? Don't you start! Ich wollte nur sagen, Kat, es ist wahrscheinlich gut, dass sie dich unkomfortabel machen. Danke, Lee. Wow. Aber wir brauchen sie. Es gibt keine Wache über das. Du musst dich bei Lily ins Zeug legen, hm. Hm, das Verhältnis ist sehr angespannt. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch machen können. Ich muss dich mal ganz kurz eben auswusten. Eine Sekunde, bitte. So, tut mir leid. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was wir jetzt hier noch machen können. Vielleicht können wir zu Lily noch gehen. Ich denke mal schon, ah. Ja, dann möchte ich eigentlich auch gerade nicht raus. Wir gehen mal nochmal zu Lily rüber. Wenn wir denn können. Ich weiß, ja, können wir. Vielleicht hätten wir erstmal schauen sollen. Ich bin, ich weiß, was wir haben. Ich bin, ich bin, ich habe mir geholfen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich wollte, dass du gesagt hast, was du gesagt hast, über die Verpackung. Du, du, wie geht's? Ich weiß, ich habe gerade gehört, dass du das erwähnt hast. Er oder sie oder sie haben sich beobachten. Für real? Wer? Was hast du? Ja, für real. Und ich habe nichts. Ich weiß nur. Lilly. Es betrifft und es ist die gute Sache. Antibiotika, Oxy... Fuck! Alles mit Opium in es. Ich sehe das betrifft und es ist gut. Ich behalte meine eigene. Das ist mit mir verletzt. Ich bin eine verletzte, aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich ein Witch Hunt beginne. Also, du willst mich zu starten? Ich will, dass du dich herumschraubst. Was ist da? Ich habe das in die Schraubung gefunden gefunden. Wir haben nicht verletzt, wir verabschieden. Du würdest nur versuchen, ein Flashlight zu entfernen, wenn du es benutzt, wenn du es nicht brauchst. Okay, ich werde ein bisschen schraubst. Danke. Da hat sie recht. Seine Taschenlamp hätten wir... Was? Jesus, Doc. Ich bin sorry. Ich hörte, dass ihr alle gesprochen habt. Du musst alles aufhören. Kann ich helfen? Was habe ich gerade gesagt? Oh, sei doch nie so gemein. Oh, sei doch nie so gemein. Ich weiß nicht. Geh und schau dich herum. Lass mich wissen, ob du etwas weisseres findest. Ich bin alles klar. Der Typ ist super. Wir könnten erstmal zu Dark damit gehen. Würde ich vorschlagen. Nicht zu Dark, sondern zu Dark. Wo ist er denn hier? Okay. Okay. Nein. Du bist nicht in Gefahr, wenn es war. Ich weiß, dass du nervös bist. Und vielleicht gingst du raus, um ins Bett zu gehen. Es verbringst. Es verbringst. Es verbringst. Was ist mit dem 3. Degree? Ich habe keine Flaschläge verbringst. Okay, dann. Hey, Clementine. Hey, Lee. Du hast nicht eine Flaschläge verbringst, oder? Nein. Hat Duck gesagt, dass ich es gemacht habe? Nein. Hat Duck die Flaschläge verbringst? Ich glaube nicht. Ich denke so. Er hat mich immer immer für Dinge verbringst. Wie was? Ein Bug auf seinem Pillow? Habt ihr das gemacht? Ja. Wobei, die beiden hier verdächtige ich eigentlich als Letzte. Wissen Sie euch etwas über dieses verbringtes Flaschläge? Verdammt. Wir haben nicht viele davon. Ja, das ist ein Problem. Das Glas und das Blut sind alle zerbrochen. Ich sah ein verbringtes Glas, von der Eismachin. Ich dachte, es zu verbringern, bevor die Kinder sich selbst verbringten. Ich habe es vergessen. So. Aha. Glasscherben. Hä? Irgendwie kann ich... Kann da nicht langlaufen. Immer halt hier lang. Da sind die Glasscherben. Da sind die Glasscherben. Ja, und das eine Stück ist rund. Aha. Da ist ein X. Da ist ein X. Da ist etwas drin. Hm. Hm. Schau. Pink. Hm. Dark. Eine Kluge. Vielleicht. Vielleicht. Was denkst du, es ist? Ich denke, es ist nichts. Vielleicht ist es ein Zeichen. Es könnte sein. Es ist pink Schalk, das ist... weird. Okay. Wieder zu unterscheiden. Clementine hat doch Kreide, aber... Ne, also Clementine war das hundertprozentig nicht. Können wir jetzt hier durchgehen? Können wir jetzt hier durchgehen? Hä? Wieso? Jetzt komm ich hier nirgends so mehr durch gerade. Ah. Das heißt, die Person hat wahrscheinlich dann auch von Clementines Kleide, äh, Kreide, Kleide genau, Kreide irgendwas genommen. Hey Clementine. Hey Lee. Du, äh... Du, äh... Du hast einen Pink Schalk? Nein. Es ist irgendwoher gekommen. Aha. Du willst Blu? Nein, nein. Es ist okay. Psst. Ich. Ich habe etwas gefunden. Was ist das? Ich habe diese Piste von Pink Schalk und ich habe ihn über die Garten. Wirklich? Total. Ich hatte die Szene für die Garten und... Ja, Duck. Ich habe es. Gute Job. Cool. Wie cool der Typ einfach ist, äh... Du hast nicht die Flaschleiter, hast du, Duck? Nein. Mom und Dad lassen mich nicht mehr auf andere Sachen. Wir lassen sich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich für das Beste. Hast du sonst noch etwas gefunden? Nur die Schalk. Ich habe auch ein paar Schalken hinter den Städten gefunden. Geh nicht Clementine. Okay. Ich will nicht. Du scheinst viel darüber zu wissen. Du scheinst ein bisschen darüber zu wissen. Die Schalk? Du hast hier die Schalk gefunden. Das wird verrückt sein, aber... Du bist nicht involviert, oder? Nein, ich bin ein guter Typ. Bleib in die Garten. Ich werde, ich werde. Ich würde eigentlich gerne durchgehen. Achso. Ah, Kreidespur. Ah! Okay. Ein Gitter. Was ist denn das? Hier hat irgendjemand einen geheimen Pakt. Ja. Okay, wir line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us. Who the fuck is that? We got our people out there. We ain't fucking around. What do we do? Shit. We're gonna start kicking indoors any second. What the hell are you... What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Shit. Es kommt nicht drauf an wer es war. Shit. Drew. Stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it asshole. Take it easy. Why are you doing this? Just leave us the fuck alone. Why? This fucking god. Why? Because we gotta. That's why. Hm. Hm. What will it take to reach a deal? About twice as much as you've been given us. You got it. Done. Is that so? Well. I suppose we ought to hash out some terms then. I don't like no hash. And shut up or... Christ! Oh shit! So muss es laufen. Sehr gut Lilly. Sehr gut. Sehr gut. Nimm sie. Nimm sie! Jawoll! Oh scheiße. So. War wohl doch keine gute Idee anzugreifen. Das kommt. Zeig dich. Jawoll. Das kommt. Oh no. Get over here. Hurry. We saved our asses. Get inside. Clem! Help! Gotcha. Hang on! Jawoll! Where is he? He's hiding behind that van. Get your ass off of it. Ah! Na, komm. Alter, der fucking Walker da hinten. Get inside the RV. It's gonna be okay. Go! Nein! Ich hoffe keiner von den beiden wurde gebissen. Was vergiss sie? Lilly! Ich hab... Ich hab... Was? Jetzt. Höh! Komm, schieß doch! Bewegt dich doch! Er will nicht. Ah, jetzt. Oh scheiße. Ah! 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 Wie Doug einfach los... Lilly! Du auch! Ah, sie hat's noch geschafft. Gib Gas, Kenny! Ah! 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 Wieso? Wieso Ben? Wieso? Wieso Ben? Wieso? Wieso Ben? Wieso Ben? Ich denke, das ist ziemlich logisch, Doug. Du denkst, ich würde irgendwas tun, um dich zu schüttern? Du denkst, ich würde nichts tun, um dich zu schüttern? Geh, dumme. Wiesst du, dass sie uns in der Zeit töten würden, und du können sie mit ihnen zusammenstehen? Finn ist ein guter Typ. Total. Also, dann, wer? Being ein guter Typ ist genug, um deine Namen zu schüttern? Ich kann es nicht tun. Ich bin echt ehrlich. Ich weiß, dass ich nicht in politik, aber wir müssen wirklich nachdenken, bevor wir beginnen auf jemanden. Doug. Ich empfehle deine Frage, aber wir haben alle die evidence, die wir brauchen. Doug ist richtig. Wir gehen einfach nach der Straße. Wir können uns das aus wie ein Mensch. Warum geben jemanden, der fast uns die Möglichkeit hat? Lee, du weißt, was wir gefunden haben. Ich lasse mich aus dem Auto. Ich gehe. Ich habe es nicht gemacht, aber ich gehe. Gut. Das ist großartig. Lilly, schau ihn an. Fuck. Jesus, ich habe es nicht. Schau mich in die Augen und erzähle mich, dass du nichts zu tun hast. Ich... 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 Schau mich! Was passiert da oben da? Ich habe etwas. Wir müssen uns stoppen. All right. Well, wir können das jetzt, dann. Ah, lecker. Ist es安全? Es sollte sein. Alle raus. Lilly. Aus. 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 Aus.